Tja, das Gehirn, haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht über das Gehirn? Weil das Gehirn ist ja ein wahnsinnig komplexes Gebilde, nicht? In der Steinzeit, da waren die Menschen noch nicht so weit und da ging das den ganzen Tag immer nur so, nicht? Haben wir nicht mehr nötig, wir sind weiterentwickelt, nicht? Aber zum Beispiel nach zwei Schnäpsen, da sind wir dann wieder da. Applaus